Hallo miteinander, hier ist Exitus19. Ich begrüsse euch zu Let's Play Minecraft. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass es hier noch gar keine Fenster und Zoo hat. Ja, ihr habt recht, ich muss noch mal hier rein. Ich muss mir hier noch Fenster machen. Ich habe mir gerade etwas überlegt, in Spruch oder so. Es liegt mir auf der Zunge, irgendetwas mit Löchern. Aber ich kann es gerade nicht sagen. Das ist auch behindert. Ja, ich sage es manchmal auch. Greeny. Man muss es einfach sagen. So. Ich hatte heute Nachmittag etwas früher Freie. Also, es heisst früher Freie. Es ging eine Stunde früher. Ich bin in der CD gepostet. Schaut mal, wie viele Pink wir haben. Für unsere Klienten. Und ja, jetzt bin ich etwas früher hier und kann hier gerade. Aha. Ähm. Der Gravel hat die gleiche Textur wie der Stone. Der Gravel ist wieder normal. Greeny. Was hast du gerade geschaut? Ist das hier noch? Voll. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ähm. Ja. Wie hast du es jetzt sicher gemerkt? Ich habe es jetzt auch gemerkt. Ich habe es vorher nicht gesehen. So. Das nehmen wir noch mit zur Sicherheit. Und das. Was. Ah nein. Das brauchen wir nicht. Wir haben jetzt. Doch. Wir gehen noch weiter. Züchter. Das sollte ich mal bräteln. Was ist das denn? So ein weisser Rad. Das ist mir aus Versehen falsche. Wäre sie ungeschickt. Greeny. Entschuldigung. 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 Ja. Ich mache immer wieder etwas das Gleiche. Ich muss jetzt wieder eine Bauten anfangen. Ähm. Ich habe eine Idee. Allerdings ist das eigentlich an einem Kollegen seine Idee gewesen. Und zwar eine U-Bahn. Bis zu mir. Bis zu mir. Bis zu uns. Sorry. Und. Ah. Jetzt kann ich es nicht bahren. Wachs mal. Wird mal gross. Ich baare einfach. Sodomi. Nein. Lieber nicht. Eine U-Bahn. Bis zu uns zu Hause. Und ich finde das eigentlich eine gute Idee. Da hätte ich gerade Platz für seine Station oben dran. Von daher brauchen wir aber noch ganz viele Materialien. Ich bin mir noch mal überlegen was ich mache. Aus dem Wassermaterial. Wahrscheinlich schon Cobblestone. Ich kann wieder Trüste gehen. Mann. Es ist recht schwierig so hin und her switchen. Baby. Die Babys folgen nicht. Ach schade. Gib mir deine Wuhle. Wurde ich dir nicht. Ich will die Babys suchen. 코� usage zu vor Level. Also. Spiegel. St Book. St dec us an. Und nas die Babys. Fotibile. Wellen die Babys. Wir müssen der Babys suchen. Also die Babys. Oh nein ich loben. Dann würde ich sagen, ich... ein bisschen Sand brauche ich für Glas Sand für Glas und Cobblestone und ganz viel Eisen und... ja, Eisen brauche ich eigentlich nicht unbedingt aber... Cobblestone, ich würde sagen, ich mache aus dem den Bahnhof oder... ich gerade mich jetzt einfach mal runter Cobblestone komme ich dann auch so rüber Irgendwie habe ich Creepers gespawnt nein, ich war rechtzeitig im Weg Aha! Dann komme ich doch gerade mal zu euch Und euch zwei... Äh... Ah, eben, gell Gravelle sagen OK Jean Pinkfamilie Die Schuffel ist doch nicht da Wahrscheinlich die muss schon mit Money los Und Crafting Table, quer ins Zeug für die Schouffler. Ja, das kann weichen. Ähm, ich weiss, es geht dort durch. Jetzt müssen wir ganz kurz schauen. Ja, wir könnten dann noch Kurven machen, hm? So. Fangen wir doch einfach mal an. Jetzt weiss ich gar nicht, ob man es jetzt äh... 3 wäre ja eigentlich lange. Aber es sieht 5 nicht geiler aus. Tätene Überlegung wert zu tun, hm? Wieso wachs du da unten zur Hölle Gras? Das ist mir verärschlt. Ja. 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 Gibt den Wein. So, da nochmal. Hier drin dran, Ehe nochmal. Ich glaube doch nicht. Das ist so dunkel, wie es läuft. Ja, ich weiss alles, was bei einem hat. Ausser einen Tisch, einen Stuhl und nochmal was. Gartenzwerge oder so. Nein, das stimmt gar nicht. Es ist gar nicht das, was ich meine, das Lied. Es ist ein anderes, aber es ist trotzdem eins, den ich kenne. Auf dieser CD. Im Geschäft. Im Epizentrum. Ich mache jetzt mal eine Dubstep-Folge. Ich sage es so, wenn ich ganz viel kämpfe. Ich mache mal eine Nacht-Folge. Voll Dubstep am Laufen an. Und Party machen mit den Creepies. So wilde Orgien feiern. Ah, das muss auch mal sein. So, jetzt würde ich sagen, wir haben noch genug Köbis. Aber, natürlich nicht in Rohform. Rohform ist too lame. Too cheap. Ja, ja, ich weiss. Ich brauche noch Sand für das. Und da vorne setzt es auch noch. Im Fenêtre. So hat es geheissen. Ja, dann ist es halt in der Ecke. Aber von aussen sieht es ein bisschen besser aus. Weisst du was? Gib mir deine Scheibe. Nein. Geht nicht. Ich weiss. Ähm. Was wollte ich denn jetzt so drauf haben? Voll verpeilt. So. Jetzt stellen wir da nochmal nochmal 3 her. 3. 3. Auf griechisch. 1. 2. 3. Ehh. Dessert. Bende. Nooo. Das sind dann noch die 40 Eisen. Und dann hat es logisch weiss nichts. Ich habe ja erst wieder hergesetzt. Gut. Wir müssen es anders machen. Wie ist es so? Ich brauche halt einfach eine Fläche, welche ich es her setzen kann. Mit Rechtsklicken. Und wenn ich das wieder gemacht hätte, wäre es nicht gegangen, oder? Logisch. So, drei Öfen müssen gefüllt werden. Machen wir wieder Clean Stone. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen im Lager. Ah, warte. Immer zwei, ich habe nämlich... Aha, ja gut, da wäre es jetzt nicht mehr wichtig gewesen. So, schön verteilen, einfach gleichmässig. Ich kann es gerne gleichmässig. Vielleicht auch noch Chickens rösten. Gut. Ja, wir müssen warten eigentlich. Wir können sonst noch ganz kurz ein bisschen weitergräbeln. Aber, äh... Ich denke, sonst würde ich nicht mehr viel machen. Schafsäulen brauchen wir in einem... Hier züchter tun ich auf jeden Fall noch. Wir wollen dann Kaktus holen mal. Ich mache mir Kaktusgrüere Schäfchen. Das ist mir ein bisschen lieber als die pinken. Ich verschandle es jetzt nicht noch mehr. Es gibt sowieso noch mehr Kunde dort unten. Vor allem eigentlich reicht das ja. Viel tiefer müssen wir gar nicht. Jetzt können wir hier einfach gleich nach vorne gehen. So, Neunfelder... Neunfelder Tunnel. Kann man dann auch so nennen. Der Neunfelder Tunnel. Oder Neunfelder Linie. Weisst du meine? Geniale Namen, die einfach billig sind. Oh man. Er ist jetzt gut. Er ist gut, er sieht aus. Lass uns sein. Da sehe ich Kohlen raus schauen. So, Kohlen! Hi! Was machst du? Chillen! Empfehlen sie nur mit Hängen. Ja, ich habe bald keinen Pickel mehr. Ich hoffe es reicht für dich noch. Naaaaaaaaaaaaaaaaah! Ah, ich denke ein paar mehr. Ich habe schon nicht gedacht, dass es 10-15 Felder lang sein würde, aber so 6-7. Nope, das ist ein Eisenblicker. Ah, das sind zwei Fakkeln, dann machen wir jetzt ganz gnadenlos. Die Trommel, gnadenlos machen wir da Fakkeln. Und die Trommel hat geläutet, Leute. Leute, die läuten. Leute, die die Trommel läuten. Mega. Nein, meine Trommel hat geklopft und ich verabschiede mich für heute. Ich habe vorher noch Skyrim aufgenommen und musste zuerst wieder reinkommen. Das ist echt schlimm. Bis morgen. Peace.